Wenn wir jetzt hier gleich richtig aggressive Disses und richtig Blödsinn reden, dann ist das nur wegen dem Stoff, Leute. Yo, Deutsche. Jalil hat vor kurzem einen neuen Geschäftswerk für sich entdeckt. Seit letzter Woche hat er seinen eigenen Whisky auf dem Markt. Authority. Auch sonst ist im letzten Jahr viel bei ihm passiert. Das gemeinsame Album mit Flair brachte ihn Platz 1 in den Albumcharts, eine breitere Hörerschaft und den Headliner-Slot beim Open Air Frauenfeld ein. Ich war auf der Release-Party in Berlin dabei und hab neben Jalil auch alte und neue Weggefährten des Maskuliners getroffen. Der große Tag sah, Alter. Der Whisky ist jetzt draußen. Vorhin die Links sind online gegangen. Sagt weiter. Ja, mach mal gucken, Alter. Ich hab noch gar keine Zahlen, weiß auch gar nicht, wie das Ding gelaufen ist bis jetzt. Ich bin gespannt. Aber die Resonanz hier auf der Party ist nur positiv. Also jeder sagt, er feiert den Whisky. Ich sehe die Leute auch, die trinken, trinken, trinken. Das heißt, was Gutes, Alter. Wenn die Leute jetzt so da sitzen würden und alkoholfreie Getränke trinken würden oder gar nichts trinken würden, da müsste ich mir Gedanken machen. Wenn wir jetzt hier gleich richtig aggressive Disses und richtig Blödsinn reden, dann ist das nur wegen dem Stoff, Leute. Es war ein wildes halbes Jahr, dass wir diesen Whisky sozusagen am Start gebracht haben. Der Whisky, Turbulenzen, wer mit mir zusammenarbeitet, weiß, ich bin nicht immer einfach. Warum ist Whisky ein richtiges Produkt für dich? Ich wollte einfach mal was anderes machen. Für mich hat das so eine kleine Geschichte, weil das ist angelehnt an einem Whisky, den ich in Amerika getrunken habe, den es in Deutschland nicht gibt. Und ich habe den mit meinem Vater und meinem Bruder getrunken. Das ist das erste Mal, dass ich eigentlich, ja, eigentlich das erste Mal, dass ich mit dem Alkohol getrunken habe, wenn ich eigentlich bin. Ich trinke wirklich nur, weil ich weiß, es bringt was. Also ich trinke jetzt zum Beispiel, wenn ich mich mit einer Orang treffe, dann trinke ich einen, weil ich weiß, okay, das ist alles ein bisschen lockerer. Das ist das perfekte Getränk dafür. Ich habe das Ding drüben getrunken und ich fand das unfassbar lecker. Und den gibt es in Deutschland aber halt nicht, weil der sehr chemisch ist, der Whisky und so. Auf jeden Fall kamen dann die Jungs auf mich zu und über einen Kumpel von mir und der meinte halt, ey, pass auf, das sind Jungs, die wollen Alkohol machen und so, die suchen Leute mit denen, die korporieren können. Und hast du Bock? Ich sagte, ja, kein Ding, ich kann mich mit denen mal hinsetzen. Dann haben die mich halt gefragt, wie stehlt du dir das Ganze vor? Dann haben ich denen gesagt, ich will das und das und das, der Geschmack und so weiter und so fort. Und dann haben die Jungs gesagt, kein Problem, kriegen wir hin. Und dann habe ich den Whisky halt auf die Beine gestellt mit denen. Die haben mir fünf Proben hingelegt. Ich habe natürlich den teuersten gleich wieder rausgenommen mit den Produktionskosten. Schottischer Whisky ist eine hohe Qualität so und jeder, der es trinkt, wird das auch merken. Wir haben uns Mühe gegeben, das ist kein Billigprodukt, das ist kein Whisky, wo du Kopfschmerzen hast. Mir war es einfach wichtig, eine hohe Qualität zu haben. Und wenn man sich mal online so ein bisschen mit Whisky befasst und einfach mal guckt, dann ist das Preissegment, was wir angesetzt haben, das günstigste, was du für Schottischen Whisky kriegst. Also Schottischer Whisky geht manchmal auch für 80 bis 100 Euro bei der Antepe und so. Und mit 40 Euro sind wir schon sehr, sehr, sehr günstig und sehr, sehr fair, was Whisky auch nennt. Das gesamte Produkt, welche Richtung das geht, wie es aussieht etc. ist alles aus meiner Kreativität entstanden. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich habe da konkrete Vorstellungen wie er. Er hat ja genau gewusst, was er will. Was für ein richtiges Niko Noebo Getränk, wenn du eins auf dem Markt grünen würdest? Stilles Wasser. Stilles Wasser? Stilles Wasser mit ein bisschen Vanille. Ich liebe Vanille. Damals hätte ich einen Energy Drink rausgebracht, aber mittlerweile bin ich so runter von dem Film, weil ich so Herzrasen gemacht habe. Aber ich glaube, aus dem Business bin ich raus. Ich mache dann lieber irgendwas mit Messern oder Handfeuerwaffen oder sowas. CS Sprays, eigenes Blockmonster CS Spray demnächst auf dem Markt, auch große Verkostung dann und so. Also wenn ich anfange mit Alkohol, dann bestimmt mit Jalil. Schon 2004 konnte man Jalil auf der Rap City Berlin 1 DVD sehen. Damals nannte er sich noch Reason und war im Camp von Big Bud. Ein paar Jahre später releasste er Straßenpolitik über Amstaff Murderbust. Kurz darauf war er mit seinem jetzigen Labelboss Flair und Ex-Maskulins eine Godzilla auf Südberlin Maskulin 1 zu hören. Nach einem Mixtape und Ärger mit Patentrechten legte er den Namen Reason ab und benutzte auch als Künstler seinen bürgerlichen Namen, Jalil. Zeitgleich verließ er Maskulin. Eine EP und ein Album später trat er 2015 wieder neben Flair auf und seitdem ist er fester Teil des Maskulin-Kaders. Es folgte ein Solo-Album und schließlich das Vollabo-Album mit Flair. Epic. Lass uns noch ein bisschen über Mucke reden. Ja. Dieses Jahr ist viel bei dir passiert. Ich habe das Gefühl, durch das Epic-Album hast du nochmal einen richtigen Push bekommen. Absolut. Und wirst auch von den Fans und von der breiten Masse irgendwie anders wahrgenommen. Absolut. Das Ding ist, das ist ein Motherfucker. Ich habe es nicht verstanden, warum im Vorfeld sowieso erstmal ein paar Leute so skeptisch waren. Er ist ja davor schon ein richtig guter Künstler gewesen. Ich kenne ihn auch schon seit Ewigkeiten durch meine Jungs aus Südberlin und so. Die sind ja zu lange aufgewachsen. Und ich finde jetzt durch Epic hat er endlich mal auch diese Reichweite wieder passiert. Epic war das Album, was Deutschrap am meisten gehört hat dieses Jahr. Echt? Ja, es war Bumble. Also Slowmotion, mein absoluter Lieblingssong. Es war Bumble. Also einfach den Nerv der Zeit getroffen, was gemacht, was andere nicht so gut hinkriegen. Und so halt. Manchmal brauchst du das richtige, also den richtigen Event, das richtige Ereignis, das richtige Video oder das richtige Release, dass das sozusagen funktioniert. Und das war, für uns war das Kinderkuck, weil wir wussten. Ich wusste, dass es danach besser ist. Das wird wahrscheinlich auch durch Flair natürlich kommen, durch dieses Moven dahinter, durch einfach immer weitermachen, auch immer weiter, egal was andere sagen wahrscheinlich, durchziehen, einen Film durchziehen. Er hat Aufmerksamkeit jetzt und ich glaube, viele Leute gucken jetzt auf ihn und den Moment muss er nutzen mit seinen nächsten Songs und muss richtig, richtig da weitermachen, wo er mit Epic aufgehört hat. Eigentlich war das nur eine Frage der Zeit, bis man es mal wirklich dann macht, bis er mal wirklich dann kurz mal in dem Spotlight drin ist und Leute ihn einfach so sehen, wie er ist. Es war jetzt nicht so, dass wir jetzt groß was Neues gemacht haben. Wir haben das gemacht, was wir die letzten drei Jahre gemacht haben, Alter. Und dann kam halt das Album, wir haben unsere Songs gemacht. Ich habe ihn schon immer so gesehen. Ich wusste, ich habe ein Publikum und eine breitere Masse, die das Produkt jetzt hören wird. Und deswegen war es für mich eher so, dass ich noch einen ganz anderen Ansporn hatte. Und genauso ist mein Ansporn jetzt bei dem Solo-Album noch größer, weil ich merke, dass die Leute halt jetzt warten und gucken und sagen, was macht ihr jetzt als nächstes. Liegt es daran, dass ihr jetzt was anders gemacht habt oder dass die Leute jetzt eher sozusagen... Nein, wir sind eh die Coolsten. Was soll ich erzählen? Also wir machen unsere Musik, wir sind immer diejenigen, die sich Mühe geben, dass wir zeitgemäß sind, dass wir neu sind, dass wir fresh sind. Und so, ich meine, ich bin jetzt 35 Jahre und habe irgendwie das Gefühl, ich bin fresher als viele 18-Jährige. Ich bin so 18-Jährige, die rappen so auf Boom-Bad-Beats und ich bin einer der Älteren im Game gerade so und ich bin mehr up-to-date als viele andere. Weißt du, so UFO, Alter, der ist zehn Jahre jünger als ich. Wie kann es sein, dass ich mit UFO auf einem Dings bin? So, weißt du, also, dass wir versuchen die ganze Zeit die neuen... Dass wir in Berlin versuchen, die neuen Sounds zu prägen. Ich versuche immer neueste Trends, neueste Fashion, neueste Mucke, neueste... Das ist mein Ding, so. Zum Beispiel Eminem hat gerade diesen Song rausgemacht, diesen Walk on Water. Mit Beyoncé. Mit Beyoncé, guck mal. Ich war jahrelang größter Eminem-Fan. Auf einmal siehst du Eminem so, der ist Multimillionär und rappt einen Song über sich und seine Probleme. Willst du das hören, Alter? Weißt du, so... Mann, deswegen, ich will sagen, Hip-Hop für mich heutzutage bedeutet... Den Leuten muss es doch gefallen. Ich mache das doch, dass die Leute sagen, boah, cooler Typ, coole Mucke, cooler Vibe, daran kann ich mich orientieren. Damit kann ich feiern. Ich mache doch morgen auch keinen Rap-Song und erzähle dir, ey, mein Leben und so und hin und her, ich habe gerade 1.000 Euro Pulli gekauft und mein Leben ist aber so scheiße. Kennst du so diese Rapper? So, ah, Mann, so Eminem, so, ah, Mann, dann so 50 Millionen letztes Jahr, ah, Mann, kacke und so. So, was soll der Scheiß, Alter? Läuft doch alles. Deswegen will ich auch gar nicht mehr in Interviews gehen und mich über irgendwas aufregen, Alter. Oder Mucke machen und irgendjemanden dissen oder... Das ist für mich so gar nicht mehr zeitgemäß, Alter. Was sind so die wichtigsten Eckpfeiler, was in diesem Jahr passiert ist so? Was waren für dich die größten und wichtigsten Erlebnisse? Die drei größten und wichtigsten Erlebnisse waren Epic, Frauenfanfestival auf jeden Fall und der Whisky Release jetzt. Das sind so drei Dinge, die, glaube ich, einen großen Push für mich gemacht haben. Das Frauenfanfestival war für mich unglaublich, da für 50.000 Menschen aufzutreten. Die Jungs haben gesagt, so, pass auf, Alter, du wirst optikschieben, das ist krass. Und ich so, ja, okay, mal gucken. Und dann war ich auf der Bühne und dann ging der erste Song los, Vibe, und ich hatte die Kopfhörer die ganze Zeit drinnen. Und irgendwann kam der zweite Song, ähm, Bewaffnet und Ready war das. Und auf einmal geht Bewaffnet und Ready los, Alter, und ich springe rum und mein Kopfhörer fährt raus und ich höre auf einmal, wie so mehrere tausend Menschen Bewaffnet und Ready sind. Ich so, Alter, so mein Herz ist stinke, so eine Sekunde, weißt du? Weil auf den Konzerten, du hast so tausend, tausend, fünfhundert Leute und auf einmal hast du da Leute vor dich stehen, Alter, und du denkst dir so, boah, was passiert hier gerade? Weißt du, was hab ich gemacht? So, krass. Und alle singen einen Song. Das ist so einfach für mich ein Baustein, für meine Zukunft, denke ich mal, wichtig ist, wenn das alles gut läuft und einfach eine Marke sein kann. Und deshalb ist mir das auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich Epic für die Musik hat, dass die Leute jetzt gespannt sind, was kommt. Epic hat Jalil neue Türen geöffnet. Mit seinem nächsten Album will er genau da anknüpfen. Es sind Mehraugen denn je auf den Südberliner gerichtet. Das nächste Soloalbum steht schon in den Startlöchern. Swish heißt das für März 2018 angesetzte Projekt. Du sitzt jetzt an deinem Soloalbum. Swish ist aber das Titel? Swish, yes, yes. Das ist, glaube ich, auch der Titel. Ich hab schon ein paar Ideen für Merchandise und für so ein paar Sachen nicht aufziehen möchte. Deshalb bist du der feste Titel. Kanye ist Life of Pablo, solltet ihr auch zu der Swish heißen. Ja, ja. Bei Epic hattet ihr auch kurz So war mir Gott helfe. Ja, So war mir Gott, ja, ja. Warum immer diese Kanye-Referenz so? Ich sag dir ganz ehrlich, diese Kanye-Referenz war für den Titel für mich jetzt gar nicht Maßgebend, sondern Swish ist für mich so, das ist ein Wort aus dem Basketball. Swish ist, wenn du quasi einen Korb machst und nur das Netz berührst, nicht den Ring. Und der Ball oder der Wolf perfekt ist. Und die Referenz kommt daraus für mich, so Swish, weil viele Leute mich auch immer mit Basketball assoziieren und das war für mich so der perfekte Titel einfach. Und für mich ist es ja so der perfekte Wolf einfach so Swish. Jetzt ist so der Moment, wo ich das Album machen muss. Jetzt Time to Shine mäßig. Jetzt ist es Time to Shine mäßig und das ist halt einfach das Ding gewesen so für mich. Auch weniger die Kanye-Referenz und das ist halt einfach so. Klar, die Leute werden das vergleichen, weil er das auch so ein bisschen als Titel hat, aber am Ende hat er sein Album so genannt und ich werde mein Album auf jeden Fall so nennen, weil es halt einfach auch passend, wir haben es auch auf Epic so zwei, dreimal als Backup immer so ein bisschen drin gehabt zum Hintergrund Swish. Ich sehe da einen LeBron-Song zum Beispiel, da hört man es auch tausendmal und die Leute assoziieren es und ich habe gemerkt, dass viele Fans das online immer geschrieben haben und du merkst es ja jetzt auch, diese Basketball-Emojis, was die Leute schon schicken und so, wenn die Swish und so hören und das ist cool, Alter. Und deshalb, du hast schon, das ist schon so ein bisschen Gimmick, man muss auch immer ein bisschen an den Gimmick denken. Ja, ich dachte irgendwie so, das ist vielleicht so Running-Gag mäßig, weil ihr ja Epic auch etliche Male Titel geändert habt. Ja, ja. Flair ist ja sowieso auch dafür bekannt, dauernd irgendwie Titel zu ändern. Er war derjenige, der zu mir meinte, Digga, Alter, du musst dein Album eigentlich jetzt zwischen. Ja, also Jaleel hat gesagt, dass du auf den Titel zu ruhig gekommen bist. Ne, ja, nicht dass Kanye West auf den Titel gekommen ist, aber ich meinte nur, der hat den ... Ja, aber, dass du zu ihm meintest, nennen dein Album mal so. Ja, weil er immer diese Basketball-Metaphern raushaut, er ist halt auch so ein Basketball-Typ, ne, er spielt ja noch Basketball, ich fand es halt voll, hat gepasst, zu ruhig, ist halt voll so, feierlich voll. Ich finde, der müsste, wenn uns vielleicht noch ein anderer Titel einfällt, der mehr so eine Basketball-Metapher ist, die Kanye noch nicht genommen hat, dann nehmen wir vielleicht die, keine Ahnung, aber ich finde das ist halt voll geil. Ich finde das immer geil bei ihm. Das Leben hat kein R-System, jetzt zwisch, hat voll Sinn, so weißt du? Eigentlich hat er recht, wegen Basketball und den ganzen Sachen, und das ist auch das Erste, was er zu mir gesagt hat. Dann habe ich das Ding durchgezogen, dann habe ich gesagt, okay, weißt du, was tue ich. Und dann haben wir es gemacht. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich bin fleißig am Arbeiten. Ich habe ein paar Features geplant, was man so von den Projekten vorher von mir nicht kennt. Ich hoffe, dass die Leute auch alle hier im Park machen. Ich hoffe, dass die Songs zusammenkommen, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube, dass ich mit dem Album auf jeden Fall alles, was ich bis jetzt gemacht habe, schon nochmal übertreffen werde. Bist du jetzt eigentlich Vollzeitmusiker? Ja, jein. Ich könnte es sein, aber ich lasse mir da noch so ein bisschen Zeit. Solange ich alles unter einen Hut kriege, kann ich das auch alles noch durchziehen. Aber wer weiß, wie das nächstes Jahr läuft, wie es nach dem Album läuft und so. Ich glaube, das wird auch alles immer, das Eis in der Hinsicht wird auch immer ein bisschen dünner für mich. Und von daher muss man einfach gucken. Solange ich alles unter einen Hut kriege, mache ich das gerne. Wenn ich das nicht mehr machen kann, muss ich mich entscheiden. Nicht nur Jalil hat sein Soloalbum in der Pipeline. Auch maskulin Oberhaupt Flair legt im Februar mit seinem 14. Soloalbum Flizzy nach. Auch er ist erfolgreicher denn je. 2012 veröffentlichte Flair als einer der ersten deutschen Rapper mit hinterblauen Augen ein trappiges Album. Damals musste er sich viel Hate ihm geben. Heute ist Trap einer der, wenn nicht sogar der größte Teil vom Deutschrap-Zeitgeist. Wir hatten ja letztens auch diesen Artikel, das hinter blauen Augen war so das erste Trap-Album auf Deutsch. Und dafür hast du voll viel Gegenwind bekommen, voll viel Hate und so. Ich glaube, die Leute haben das zu der Zeit nicht verstanden. Die haben auch nicht kapiert, was er macht und wohin er mit den ganzen Sachen gehen möchte. Ich glaube, jetzt versteht man das eher, weil einfach auch so dieses meine Hook wiederholen, mein Board wiederholen und so. Das ist halt Standard geworden und das machen viele im Deutschrap. Und damals, zu der Zeit waren die Leute halt gewohnt, Hooks mit 100 Wörtern drin zu haben. Und ich glaube, wenn du das zu einer Zeit machst, wo es keiner weiß und keiner gewohnt ist, dann wirst du immer automatisch den Hate abkriegen. Und wenn du den ganzen Spiel so über die Jahre verstehst und auch siehst, was wird er überhaupt gemacht, dann sind die Leute viel offener. Und ich glaube, dass es halt einfach seiner Zeit schon ein Stück weit voraus gewesen ist, dass die Leute auch nicht gefallt haben, was er macht. Ich könnte jetzt hier stehen und sagen, ich hab's erfunden und so. Dann würden wieder alle sagen, oh er flair denkt, er ist der Erfinder. Wir wissen doch alle, dass die neuesten Trends meistens aus Amerika. Und dann gibt's Leute, die hören dann die Musik und sagen, das klingt mir zu amerikanisch. Am Ende des Tages ist in Amerika alles mal einfach nur, die Leute nehmen's schneller an. Das heißt, da kommt irgendjemand mit einer blöden Idee, die irgendwie manchmal auch aus dem Affekt entsteht und die Leute analysieren das nicht tot. Und darum können da Trends sich schön viral entwickeln. Die Leute rocken die Scheiße. Ein Jahr lang ist jetzt Mumble Rap oder Lil Pump mit Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang oder keine Ahnung was. Und dann wird der nächste Trend gerockt. Aber hier in Deutschland müssen die Leute immer alles analysieren. Und immer, oh, ich weiß nicht. Und jetzt kommt aus Amerika. Mann, die Amerikaner selber sagen nicht mal, ihr habt es von uns. Weißt du, und jetzt ist es schön. Es ist auch schön zu sehen, dass jetzt die Resonanz kommt. Dass für Vibe die Resonanz gekommen ist. Dass für Epic die Resonanz gekommen ist. Dass hoffentlich für Flizzy noch größere Resonanz kommt. Dass man sagen kann, die Leute sagen, hey, das ist ein krasses Album. Und wie gesagt, ich hab schon ein paar Sachen gehört. Ich weiß, in welche Richtung er geht. Ich freu mich auch, dass die Leute das hören werden. Und ich bin halt einfach gespannt und hoffe, dass er auch irgendwann so diesen Respekt kriegt, den er verdient. Weil als Künstler ist er einfach krass. Ami würde niemals kommen und sagen, oh, die deutschen Rapper, die feiern das. Die sehen das, die verstehen das, die verstehen den Vibe. Die sagen, es ist coole, es ist coole Mucke, es ist geil. Die deutsche Hip-Hop-Szene oder die Deutschen allgemein, die haben viel zu sehr mit sich selber ein Problem. Die Angeln sagen alle, wie sie glauben. Das ist deswegen so. Und dann gibt es halt Deutsche, die mir dann sagen, oh, das hast du jetzt gerade von dem und dem geklaut. Oder das von dem und dem abgekupfert. Dann mach doch. Dann mach doch. Wenn es so einfach ist, dann mach doch. Das meine ich immer. Ich kenne keinen, der so eine Produktion abliefert wie wir gerade. Der steckt sein Herz wirklich in die Musik. Der steckt seine Energie da rein. Der steckt wirklich Liebe in die Musik rein. Und ich hoffe einfach, dass die Leute das auch irgendwann sehen oder verstehen und nicht zu schätzen. Ich komme von Ako Berlin, Mann, 2001. Was haben wir da gemacht? Wir haben die krassten Rap-Videos gemacht, die jemals gemacht wurden. Wir haben richtige Rap-Videos zu MTV gebracht. 15 Jahre später mach ich denselben Film. Es ist halt nur eine Frage von, nehmen die Leute das manchmal mehr an und manchmal weniger. Dafür kann ich aber nichts. Und darüber mach ich mir auch keinen Kopf. Es gibt Jahre, da sagen die Leute, Flizzy, du bist ja voll komisch. Rap mal wieder wie früher. Dann rapp ich wie früher. Dann lieben sie ihn wieder. Dann hassen sie ihn wieder. Ich kann es auch nicht mehr so analysieren. Ich mach das, was ich cool finde. Wir dürfen auch nicht zu viel quatschen, weil ich werde mal mit Nico ein ausführliches Interview machen. Wir sind am Start. Maskulin ist im Haus. Authority Whisky. Kauft euch den online. Zieht das durch. Danke dir, dass du da bist, Alter. Freut mich. Und wir sehen uns später. Prost, auf euch. Das hier ist Hip-Hop. Word up. Stop, look and listen. Backspin. 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 Vielen Dank.